Hallo zusammen, mein Name ist Baharaslan und ich freue mich sehr, dass ich in diesem Jahr an der Digital Education Day in Köln als Referentin mit teilnehmen darf. Ich bin Lehrerin für die Fächer Englisch und Sozialwissenschaften und arbeite derzeit an einer Hauptschule in Gelsenkirchen. In meinem Beitrag möchte ich der Frage nachgehen, inwiefern Digitalisierung zu mehr Bildungsgerechtigkeit beiträgt. Denn wie wir alle wissen, hat uns die Corona-Pandemie eins vor Augen geführt. Nicht nur, dass wir als Schullandschaft insgesamt der Digitalisierung hinterherhinken, sondern dass unser Bildungssystem nach wie vor soziale Ungleichheiten verstärkt. Nicht alle Schülerinnen und Schüler hatten während der Pandemie einen gleichberechtigten Zugang zu digitalen Endgeräten und somit auch einen Zugang zu Wissen und Bildung. Darüber möchte ich gerne mit euch in Austausch gehen, über meine eigenen Erfahrungen berichten und mit euch auch versuchen herauszufinden, wie wir diesen Umstand in unserem Bildungssystem und auch in unserer Schullandschaft zum Positiven hin verändern können. Ich freue mich bereits jetzt schon auf den 13.11. Wünsche allen bis dahin sonnige Tage und bleib gesund. Tschüss!